Grüß Gott, ich will einen Style and Talk machen, nicht wundern über diese Aufmachung. Ich hoffe, ich kriege das so hin, wie ich mir das vorstelle, weil ich habe in letzter Zeit kaum Zeit, Videos zu drehen, aber warum erzähle ich euch gleich. Ich muss mich auch beeilen, weil eigentlich um 15 Uhr will ich wegfahren. Ich hoffe, ich schaffe das, weil ich noch nicht mit meinem Hund draußen war. Ja, deswegen beeilen wir sich mal lieber. Ich suche mir kurz so meine Sachen zusammen. Da habe ich auch ein bisschen reingezoomt jetzt. Was als erstes ich drauf mache, ist meine Lippenpflege von Elisabeth Orden. Ich werde aber jetzt nicht alles zeigen. Sonst, glaube ich, sprengt das den Rahmen. Einen Kaffee habe ich mir auch hergestellt. Es ist nämlich zur Zeit so, erstens mal fängt das Weihnachtsgeschäft ja an und zweitens, meinem Opa geht es nicht so gut und ich bin nicht wirklich direkt gebeten worden, aber es ist die Frage gewesen, ob jemand von meiner Familie noch sich meldet, um ihm noch ein bisschen unter die Hand zu gehen. Sagen wir so, weil er kann, er sitzt im Rollschuh und er kann gar nichts mehr alleine. Mir fällt gerade auf, ich habe mein Spiegeleicht mit. Er steht da hinten noch. So, ja. Ja, und ich habe halt vorher gerade für ihn Schnitzel gemacht. Wiener Schnitzel. Zwei kriegt er. Ich weiß nicht, ob euch das so interessiert. Aber er hat halt schon lange nichts mehr selbstgekochtes gegessen, weil er halt nicht mehr kochen kann, weil er die Hände nicht wirklich bewegen kann. Und, ja. Deswegen nehme ich ihn zwei mit. Versuche noch ganz, ganz schnell beim Billardern einen Kartoffelsalat zu organisieren. Deswegen werde ich dann meiner Schwester vielleicht schreiben, dass ich vielleicht auch erst um halb vier wegfahre. Äh, ja. Mit, weil sie hat mir angeboten, dass ihr Freund mich hinbringt, damit er auch das Öl in den Ofen... Weil mein Opa hat ein Haus und er füllt dann das Öl rein. Ja. Ich habe es jetzt zwar auch gesehen, wie das funktioniert, aber meine Schwester hat gesagt, er soll das machen. Auch gut. Gefällt mir auch. So. Ich habe da ganz, ganz viel, was ich in letzter Zeit benutze. Ich habe das nämlich umgestellt alles. Nee. Ja. Deswegen kommt noch kein Aufgebraucht. Ich hoffe, ich schaffe das Aufgebraucht, Video noch zu drehen jetzt dann, bevor ich fahre. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen Style & Talk, weil das ja mal, ähm, gefragt worden ist. Und, ja. Ich muss mich gerade fertig machen, also passt es gerade sehr. Ich suche mir auch mal die Fragen, woraus die gestellt worden sind. So. Ich habe mal die Fragen und auch mein Augenbrauenprodukt. Die sollte mir vielleicht die Binsel woanders hinstellen, damit ich nicht dauernd so übergreifen muss. Ähm, ja. Also die erste Frage, welche Musik hörst du am liebsten? Das ist gemischt. Also, zur Zeit habe ich, also ich habe eine Zeit lang gern diese Digimon-Musik gehört, weil ich die Serie in letzter Zeit wieder gucke. Ziemlich dämlich. Ich weiß auch. Ich bin 27 und schaue Digimon, aber egal. Mich hat das interessiert, weil ich ja früher das Ganze nicht so verstanden habe, weil ich dann noch zu jung war. Ja. Und es geht schon um, jetzt nicht ernste Sachen bei Digimon, aber wenn man das so nimmt, sind das eigentlich Haustiere. Also ich, ich empfinde das so. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Aber, also ich empfinde das so, als sind das digitale Haustiere. So. Äh, die Musik habe ich oft gehört. Ich komme vom Thema ab. Ähm, irgendwas stimmt doch mit meinem Computer nicht. Aber das ist auch ein anderes Thema. Äh, Musik. Namentlich, die Sänger zum Beispiel. Also, Lidl Mix höre ich gern. Was höre ich noch gern? Jason Derulo höre ich gern. Was höre ich noch gern? In letzter Zeit habe ich auch oft die Musik von Us5 gehört. Kennt ihr die noch? Das war meine Boyband. Die habe ich auch in letzter Zeit aufgehört. Also bei mir ist das gemischt. Ich höre auch noch ganz gern so 90er Songs, weil ich bin aus den 90ern. Und deswegen höre ich mir die Songs auch noch gern an, wenn ich sie auf YouTube finde. Das ist nicht immer so einfach, aber jetzt habe ich meine Wimpern gemalt mit den Cremli-Shotten-Eyeliner. Genau. Egal. Äh, ja. Solche Musik halt. Ich hoffe, die Frage war jetzt gescheit beantwortet. Das lenkt voll ab Reden und Schminken. Ich bin nicht so Multitasking-fähig, wie ich dachte. Äh, die zweite Frage. Was sind deine Lieblingsfilme? Und das ist eine lange Liste, Leute. Meine Lieblingsfilme sind Grease. Obwohl der nicht so, nicht mein aller, allerlieblingsster Film, war jetzt kein deutscher, aber wurscht. Aber den Film, den ich am meisten mag, ist Dirty Dancing. Den ersten und den zweiten. Also, ich habe eine Wassermelone getragen. Ich liebe Dirty Dancing. Jetzt kommt auch ein Musical und ich will das unbedingt sehen. Aber wer geht mit mir noch hin? Ich habe niemanden im Freundeskreis oder in der Familie, die das gerne... Okay, meine Mama vielleicht, aber... ja. Da müsste ich sie überreden. Ähm, ja. Äh, was wollte ich sagen? Ich komme raus, seht ihr? Für mich ist dieses Style & Talk überhaupt nichts. Äh, wo ist mein Lidschattenpinsel? Fluch doch mal. Ich schmier mir jetzt gerade drei verschiedene Goldöne drauf, beziehungsweise vier. Ich kann euch das schlecht zeigen, glaube ich. Einer von Yves Rocher, einer von Catrice, noch einer von Yves Rocher. Ich wollte so einen Weihnachtslook machen, aber irgendwie ist das nicht so gelungen, wie ich mir gedacht habe. So. Also, Leute, Filme. Lieblingsfilme. Ich mag auch die Säulen der Erde total gerne. Da gibt es ein Buch von Ken Follett. Ich hasse dieses Buch. Ich lese das schon seit Jahren, beziehungsweise versuche es schon seit Jahren zu lesen. Ich hasse dieses Teil. Ich kann diesen Ken Follett nicht lernen. Ich mag den voll nicht. Also, wie er schreibt, mag ich nicht. Also, die Filmreihe fand ich super. Deswegen habe ich mir ja auch damals das Buch gekauft. Aber, aber wie der schreibt. Habt ihr schon mal ein Buch von Ken Follett gelesen? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Also, ich würde nie wieder eins kaufen von ihm oder beziehungsweise eins lesen. Ich hoffe nur, ich kriege irgendwann einmal das Die Säulen der Erde gelesen. Wäre schon mal nicht schlecht, würde ich mal sagen. Aber es ist halt nicht einfach. Diese Essenz-Lidschatten krümeln voll. Seht ihr das? Das habe ich mir mal unbedingt einbildet und ich finde das irgendwie voll kacke. Weil die krümeln total. Ja. Was ist noch mein Lieblingsfilm? Ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Highschool Musical. Die drei Teile habe ich noch nicht gesagt, oder? Also, Highschool Musical mag ich auch gern. Center Stage 2 war der erste, aber auf den Arsch. Was mag ich noch? Wenn man das so gach gefragt wird, ist das echt schwer. Aber das war es schon. Also, gach heißt... Wie soll ich das erklären? Ich muss ein bisschen aufpassen, weil wenn ich so rede, wie ich nicht in den Videos rede, nicht, dass ich jetzt anders bin in den Videos, aber ich rede ein bisschen anders, weil ich passe darauf auf, was ich sage. Sonst verstehen die meisten das ja nicht. Gach heißt... Zu schnell? Ich weiß nicht immer, was das heißt. Heute bin ich echt verwirrt. Das ist, weil ich ein bisschen im Stress bin, weil ich mich ein bisschen beeilen sollte. Lieblingsfilme. Lieblingsfilme. Ich bin jetzt so temperat, oder? Also, irgendwie läuft das nicht so gut. Ja, ich glaube, das war sein Lieblingsfilm. Mehr habe ich gar nicht. Ich gucke eigentlich immer dieselben. Ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Wirklich nicht. Also, mehr fällt mir wirklich nicht ein. Also, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Wo war das? Wie war dein Werbegang? Schule, Ausbildung, etc.? Oh, das ist ein interessantes Thema. Also, ich habe Volksschul- und Hauptschulabschluss. Mehr leider nicht. Ich habe keine weitere Schule genommen. Mit meinen Noten. Das sage ich euch ganz ehrlich. Meine Noten waren scheiße. Ich war auch scheiße in der Schule. Ja, aber ich ärgere mich drüber, dass ich nicht mehr studiert habe, oder so. Darüber ärgere ich mich schon. Aber jetzt ist es zu spät. Ich habe gerade knickt, wenn meine Schwester mir geschrieben hat, dass der Freund von ihr mit mir fährt. Ich schreibe nur kurz zurück. Super. Oder beziehungsweise, ich mache eine Sprachnachricht. Ich habe jetzt nämlich ein Update gemacht mit meinem Handy und jetzt kenne ich mich gar nicht mehr mehr aus. Ich hoffe, dass das Update überhaupt funktioniert hat. Okay, super. Danke. Wer begangen und Schule war mir. Meine Fresse. Ich habe halt ausbildungsmäßig beidlicherweise nicht wirklich was gemacht. Ich war nur sehr lange zu Hause und mit 18, also meine Mom hat damals beim Anker gearbeitet. Ich glaube, ich habe euch das sicher schon mal erzählt, aber für die Neuen, die halt dazukommen sind, die wissen das natürlich nicht. Ich habe also keine Ausbildung, auch keine Lehre oder so gemacht, sondern ich war lange zu Hause. Sehr, sehr lange zu Hause leider. Und mit 18 ist meine Mom, beziehungsweise eine Arbeitskollegin von ihr vom Anker, hat den Koch damals gefragt, der immer, der ja verstorben ist. Der war immer bei denen beim Anker und hat ihm mal einen Kaffee gekauft. Die eine Kollegin hat ihn gefragt, ob er Leute sucht in der Küche. Und er hat gesagt, ja. Und es ging dann damals um die eine Schwester, mit der ich keinen Kontakt habe, und um mich. Also eine von uns beiden sollte sich dort vorstellen. Sie hat dann kurzfristig nein gesagt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, bevor ich gar nichts habe, frage ich mal dort nach. Es ist ja auch die Frage, ob sie mich dann nehmen. Sie haben mich dann genommen. Die erste Zeit war die Hölle. Weil die erste Zeit habe ich nur geweint. Ich war ja 18. Und man muss ja rechnen, in der Küche arbeitet man von, also ich habe von 10 Uhr in der Früh bis 10 Uhr am Abend gearbeitet. Gastronomie, Leute. Das ist nun mal so. Und das war für eine 18-Jährige, für mich, sehr, sehr schlimm damals. Wirklich sehr, sehr schlimm. Also für mich war das echt hart. Ja. Dann haben sie mich über den Winter, weil die haben Saison, Sommer ist Saison-mäßig, und über den Winter haben sie mich dann das erste Mal rausgeworfen. Da habe ich dann auch angefangen zu heulen. Ich war noch mehr am Wasserbaut früher als jetzt. Jetzt geht es noch. Also weil früher war es schlimmer. Ja. Und... Hoppla, das ist nicht da oben. Ja. Sie haben aber mir versprochen, ich kann dann im Sommer wieder anfangen. Ich habe dann im Jahr drauf im Sommer wieder angefangen. Im April, glaube ich, oder sowas. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Und... Ja. Da haben sie mich dann fix genommen. Und dann war ich quasi insgesamt mit der Zeit, wo ich dann am Anfang noch dort war, das halbe Jahr, war ich 4,5 Jahre dann circa dort. Oder 3,5 Jahre. So in der Richtung war das dann. Ja. Habe aber auch viel gelernt. Ich habe kochen gelernt. Habe mich dann noch mit diesem Koch eben besser verstanden. Also ich habe wirklich viel gelernt aus das. Also aus der Küchenerfahrung, sage ich jetzt mal. Wirklich viel gelernt. Also... Ja. Aber ich habe halt nichts anders gemacht. Dann... Gesundheitlich wollte ich das nicht mehr. Das habe ich auch schon mal in irgendeinem Video erklärt. Ich habe einen Zwilling, beziehungsweise ein Schee hätte es nochmal geben sollen. Sagen wir es so. So ist es einfacher zu erklären. Nur der Fötus hat nicht überlebt und der ist in mich hineingewachsen. Das geht wirklich. Viele denken jetzt sicher, was redet die für einen Scheiß. Aber es funktioniert wirklich. Leider. Wie ich das erfahren habe im Spital, dass es von mir noch jemanden geben hätte sollen, der hätte wahrscheinlich so ausschaut oder er hätte wahrscheinlich mir ähnlich geschaut, habe ich richtig angefangen zu weinen. Wirklich angefangen zu weinen, wie ich aus dem Spital rausgegangen bin, weil mir das wirklich weh dann hat, wie ich es geheißen habe von mir. Hätte es noch jemanden, also noch eine Zwilling, Schwester oder Bruder geben sollen. Und ich war ein bisschen stärker. Und da habe ich auch eine Zeit lang Depressionen gehabt. Weil da habe ich auch aufgehört zum Arbeiten. Weil ich ja auch operiert worden bin zweimal. Deswegen habe ich auch aufgehört zum Arbeiten. Aber er ist noch immer nicht ganz weg. Er ist noch immer da. Ja. Also das hat echt weh dann. Wie ich gehört habe, dass... Ja. Und es hat halt wirklich an mir knackt. Ich habe mir dann Vorwürfe gemacht. Vielleicht war ich dran schuld. Weil ich habe schon oft gelesen, dass viele... Wie soll ich das sagen? Ich habe halt oft gelesen, dass viele behaupten, dass der andere Fötus schuld dran ist. Beziehungsweise, dass man das selber auch denkt. Und das dachte ich dann auch. Eine Zeit lang. Dass ich schuld dran war, dass der andere nicht da ist. Aber da kann man nichts dagegen machen, leider. Viele merken das auch nicht mal. Weil die Ärzte... Ich habe das auch gelesen. Viele Ärzte versuchen das zu verheimlichen. Falls bei der Geburt noch ein Stück von einem anderen Baby herauskommt. Klingt voll englisch. Ich habe aber mir das alles mal durchgelesen. Ja. Also ich hoffe mit dieser Horrorgeschichte. Deswegen habe ich dann aufgehört, in der Küche zu arbeiten. Aber ich gehe dort urgein hin, weil die haben mir eine Zeit lang zugesperrt gehabt, diese Küche, wo ich war. Und jetzt aktuell haben die wieder aufgesperrt und ich gehe dort voll gern hin. Muss immer wieder hin. Weil da arbeiten noch ein paar Leute, die ich noch kenne von früher, wo ich dort war. Und das ist immer voll lustig, wenn die mich dann sehen. Ich war ja früher dün und jetzt bin ich ein bisschen stärker und schaue anders daraus. Also die haben mich eigentlich quasi nicht ganz aufwachsen, aber sie haben mich halt... Oh ja, man kann schon sagen, erwachsen werden. Das haben sie mitbekommen. Besonders der eine Koch hat das mitbekommen, der was verstorben ist. Was mich auch sehr drauf hat. Aber ja. Ja, und dann habe ich eben... Ich muss ein bisschen schneller reden, sonst wird das Video viel zu lang. Sind jetzt schon 16 Minuten. Heilige Scheiße. Also ich höre jetzt auf von dem zu labern und fange mal mit dem an, wo ich... Ich mache jetzt schneller, weil das Video wird sonst zu lang. Ich habe halt dann lange Zeit keine Arbeit gehabt, bin dann auch in Depression verfallen. Klingt ziemlich dramatisch, ich weiß. Was war noch? Dann habe ich aber angefangen, bei Yves Rocher zu arbeiten. Das müssten viele noch wissen, die was halt länger dabei sind. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Das würde mich interessieren, wie lange ihr schon meine Videos schaut. Also ab wann ihr das mitbekommen habt. Dann bin ich halt dort rausgeflogen. Die haben mich gekündigt. Ja. Nach 6 Monaten, also nach einem halben Jahr. Und dann war ich einen Monat beim Douglas. Muss aber sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Habe aber dann anschließend gleich... Das war alles hintereinander dann. Kurz nach... Bevor ich da rausgeflogen bin bei Mifushi, habe ich gleich beim Douglas was gefunden. Und... Der Beauty Planner ist scheiße. Nur zur Information. Das ist der, den ich mir gekauft habe, auch beim TKMX. Den finde ich nicht so gut. Der ist viel zu hart. Aber egal. Für die Zwecke, die er soll, reicht das. Also machen soll, reicht es. Ja. Dann war ich jetzt halt eben Mixer beim Douglas. Und dann habe ich mich beim Müller beworben, dem ich dann gleich genommen. Und jetzt bin ich schon 3 Jahre dort. Also sogar über 3 Jahre bin ich jetzt schon dort. Also, ja. Und mal schauen, was die Zukunft bringt beim Müller für mich. Da habe ich auch schon mit meiner Abteilungsleitung drüber geredet. Aber da, das erfahrt sie dann noch früh genug, wenn wirklich was Fixes ist. Weil ich will noch nichts erzählen und dann kommt es nicht so, wie ich will. Also da warten wir noch ab. Das ist ein Fazit. Ich weiß, das ist jetzt blöde Geheimnistuerei und ich hasse das, wenn das jemand anders sagt. Aber ich will nicht so viel drüber reden und dann passiert es nicht. Weil dann bin ich auch wieder traurig drüber. Also hört sie das dann früh genug, wenn wirklich was arbeitsmäßig sich verändern sollte. Ja. Das war es dann. Arbeitsmäßig. Endlich. So. Die nächste Frage. Über welche Dinge, Situationen, Ereignisse kannst du dich am meisten freuen? Das ist eine echt schwere Frage. Über was ich mich am meisten freue? Dinge? Über Dinge? Lasst mich überlegen. Also zu Weihnachten zum Beispiel habe ich mich mega über die PS4 gefreut. Die verstaubt zwar jetzt da in der Ecke, aber ich habe mich voll über die gefreut. Sonst noch Dinge, so Kleinigkeiten. Ich freue mich auch über Gutscheine oder wenn mir meine Nichte was zeichnet. Über das freue ich mich auch immer. Was war das nächste? Situationen? Was mich freuen, wenn mein Bruder, meine Mama und ich unsere 5 Minuten haben. Da drehen wir manchmal so richtig durch und fangen wegen jedem Blödsinn an zu lachen. Und reden auch jedem Blödsinn. Da sind wir richtig, haben unsere richtigen 5 Minuten, reden auch ulustige Sachen und das freut mich immer. Also solche Situationen freuen mich am meisten, wenn ich mit meiner Familie lachen kann, weil ich habe nur meine Mama und die andere Familie, Mama Seite, die kennen wir kaum. Papa Seite kennen wir zwar schon, aber da habe ich jetzt nicht so den Draht dazu. Ja. Also freut mich das, wenn wir untereinander auch viel lachen. Das macht so Spaß. Ja. Ereignisse ist ein bisschen schwieriger. Da fällt mir ehrlich gesagt jetzt gar nichts ein. Situationen, Ereignisse? Ne. Da fällt mir jetzt nicht so ein. In letzter Zeit ist es schwer, mich irgendwie zu freuen. Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit ist das echt schwer. Machen wir die nächste Frage. Was wäre dein größter Wunsch? Habe ich doppelt stehen? Wieso? Keine Ahnung. Was mein größter Wunsch wäre? Größter Wunsch. Dass ich jetzt noch viel von meinem Opa habe. Das ist mein größter Wunsch, weil ich kenne ihn ehrlich gesagt doch nicht wirklich. Was mich auch selbst traut. Was ist denn da? So. Da fährst du. So. Ich kenne ihn halt sehr, sehr wenig. Ich kann mich nur erinnern, dass wir früher immer mit meiner Oma und mit meinem Opa auf den Tschechien waren. Also mit meinen Eltern. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Sorry, wenn ich so rumkram. Dass ich arbeitsmäßig mich verbessern kann. Weil ich habe das Gefühl, dass ich so an einer Stelle stehen bleibe. Darüber habe ich hier schon mit meiner Chefin geredet. Also ich möchte gern, weiß nicht, irgendwas machen. Irgendwas irgendwie. Wie soll ich das erklären? Wir haben ja auch nicht so viele Marken. Also ich würde gern mit ein bisschen mehr Marken oder so, aber das werden wir mal sehen, wie das dann wird oder nicht wird. Werden wir sehen. Jo. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, weil die eine hat mir gerade geschrieben, jetzt wieder wegen meinem Opa, sie hat mir geschrieben, ich soll gucken, dass er seine Tabletten genommen hat. Das macht mir ein bisschen Angst. Als 27-Jähriger einen 77-Jährigen vorschreiben, dass er seine Tabletten nehmen soll, ist nicht wirklich lustig, aber schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Wir werden sehen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ach Gott, schon halb drei. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Sonst wünsche ich mir eigentlich nichts. Das ist eigentlich das Hauptsächliche. Dass wir ihn auch noch lange haben, das wünsche ich mir auch noch. Also ihm geht es zur Zeit wirklich schlecht und ich wünsche mir, dass wir wirklich noch lange was von ihm haben. Wirklich noch lange was von ihm haben. Ich hoffe, dass alles gut geht. Und ich hoffe, dass ich das auch lang durchziehe. Ich habe ja meistens nur einen Tag frei. Diese Woche habe ich halt zwei Tage frei, aber meistens habe ich nur einen Tag frei. Deswegen hoffe ich, dass ich das schaffe. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang, aber wenn es zu lang wird, macht es auch nichts. Scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Ich werde jetzt schnell mal meinen Eyelinerstrich ziehen und dann komme ich gleich wieder. So. Ich habe meinen Eyeliner gezogen und habe die untere Linie gemacht, aber mein Auge. Irgendwie bin ich dafür heute zu blöd. Ja. Jetzt mache ich noch Mascara, Rouge und Highlighter und dann bin ich Gott sei Dank fertig. Mit den Nerven. Lippenstift gebe ich meist kleiner auf. Das mache ich dann später, bevor ich fahre. So. Der hält eh nicht. Das ist einer von Essenz. Ich muss mich näher zum Spiegel. Ich habe jetzt ein bisschen nach das, was ich noch sagen kann. Also ich, was ich mir noch wünsche, ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, ist, dass ich den Führerschein nächstes Jahr anfangen kann. Das wünsche ich mir wirklich. Weil ich, ich brauche den. Sonst dreh ich noch durch. Also ich brauche wirklich dringend einen Führerschein. Klingt vielleicht komisch für euch, aber wenn ich wirklich meinem Opa helfen will und öfter zu ihm hinfahren sollte, brauche ich einen Führerschein. Ganz einfach. Ich habe Angst, dass ich mir ins Auge fahre. Passiert nämlich manchmal, wenn ich rede, dass ich mir ins Auge fahre. Also ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr hinbekomme. Das ist einer meiner größten Wünsche. Jetzt nicht nur für meinen Opa, sondern auch für mich selber. Ich könnte da viel mehr machen, wenn ich einen Führerschein hätte. Wirklich. Klingt vielleicht beschissen, oder selbstsüchtig, oder keine Ahnung, aber es ist wirklich so. Was ich mich ärgere in letzter Zeit, dass ich keinen Führerschein habe. Ich meine, es kommen mir natürlich auch die Kosten dann fürs Auto und so dazu, aber das ist mir echt so scheißegal. Besser, als ich gebe es für 100 Sachen, was ich endlich brauche. Vielleicht reiße ich mich dann mehr zusammen. Gehe ich dann vielleicht nicht mehr so oft zum TK-Mix, wenn ich dann einen Führerschein habe und einen Auto habe. Äh, jo. Mal gucken. Also, ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr hinkriege. Ich hoffe es wirklich. Das ist so eine Art Weihnachts-Make-up. Seht ihr das? Ich habe unten oben Gold-Rot und unten so Grün. So ein richtiges Christmas-Weihnachts-Make-up. Was ich benutzt habe, schreibe ich euch in die Infobox, falls euch das interessieren sollte. Den roten Lidschatten kriegt man leider nicht mehr. Da war man von einer Catrice Limited Edition. Leider. Ja. Die Mascara schaut schon uregelhaft aus von Lancome. Und ich glaube, da kommt auch bald nichts mehr raus. Ich glaube, die ist bald leer. Weil das ist meine zweite von Max Factor schon. Bei der andere, da kam auch nichts mehr raus. Ja. Ich glaube, die ist auch eintrocknet. Ich hatte die noch nie offen und die ist, glaube ich, auch eintrocknet. Weil normalerweise kriege ich das so schön hin und heute irgendwie nicht. Aber heute ist, glaube ich, generell nicht mein Tag. Ach Gott. Kirlos, ich sag's euch. Ist manchmal nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, ich habe da vorne keine Wimpern. Ja, wirklich nicht. Ich brauche eine Brille, Alter. Ich muss unbedingt zum Augenarzt. Das ist auch was, was ich machen sollte. Ich sollte mir meine Füße anschauen lassen, weil ich habe oft extreme Fußschmerzen. Dann sollte ich endlich mal zum Augenarzt gehen, weil ich sehe kaum was. Wirklich. Oder mir wenigstens einen Vergrößerungsspiegel kaufen. Der Müller hat einen ganz coolen mit Licht. Vielleicht kaufe ich mir den. Alter, kommt da nichts raus? Kann's doch nicht sein. Ich benutze ein Neckrush bei mir in your face. Das Problem bei dem ist, ich schau immer so aus, als hätte mich wer verbrüngelt, wenn ich das drauf so schau aus, so eine Scheiße. Naja, es geht. Gestern war es schlimmer. Gestern war es wirklich schlimmer. Das ist, wenn man monatelang dasselbe verwendet. Ich habe ja urofft das Catrice Blush jetzt benutzt, dieses Creme Rouge. Wo ich eine Tepena und jetzt will ich unbedingt was anderes verwenden, weil es halt so in die Weihnachtsrichtung gehen soll, also so roh pink, sowas. Aber irgendwie. Ich habe auch eine Schicht von dem Creme Rouge von MAC runtergenommen, weil das so weil es so komisch war. Es hat sich nicht auftragen lassen. Heute lässt es sich ein bisschen besser auftragen. Und ich sollte mir endlich meine feuchten Kosmetiktücher wieder daherstellen. ihr wisst schon, diese ihr wisst schon. Ja, sicher wisst ihr das. Jetzt gehe ich in den Creme Highlighter von Essenz, der schaut durch. Ich zeige euch doch ein bisschen, ich weiß nicht mehr, was ich reden soll. Und ich sollte mich beeilen, es ist gleich drei. Ich wollte das Aufgebrauch-Video noch drehen. Vielleicht mache ich das Sonntag. Dann werde ich das heute noch schneiden und dann seht ihr das wenigstens heute oder morgen. Geht nachdem. Dann wisst ihr wenigstens Bescheid, wie jetzt in letzter Zeit meine Situation ist. Wenn ich frei habe, versuche ich halt zu meinem Opa zu fahren. Gott sei Dank ist das ein Creme-Produkt. Wirklich wahr. Sonst wäre es jetzt im Arsch. Wo ist es denn überhaupt? Ich habe es gefunden. Ja, das passiert mir immer. Das passiert mir wirklich immer. Ja. Was kann ich noch sagen? Ich weiß nicht, was ich noch sagen kann. Wenn ihr öfter solche Videos haben wollt, könnt ihr mir gerne immer fragen. Also jetzt zum Beispiel unter das Video schreiben. Weil dann schreibe ich mir die wieder auf und speichere die mir und beantworte sie dann in dem Video. Insofern ich das halt hinbekomme und insofern euch das gefallen hat, könnt ihr mir das gerne dann schreiben. Wo zur Hölle ist mein Ruchspinsel? Wir machen halt den. Da tue ich jetzt noch einen Essenz-Ruch drüber, was man überhaupt nicht sieht. Und wo sich der Deckel so ablöst. Ich hasse diese Style, Ich möchte es unbedingt drauf brauchen. Das ist eh selten, dass ich was... Jetzt schaue ich aus, als hätte ich einen in die Fresse gekriegt, oder? Egal. Kann nicht schaden. Wurscht. Ich mag dieses Drohestich. Das ist dieses Essenz aus dieser Glass aus dieser Glass of blablabla. Hier. Und der Deckel ist so kacke. Ja. Und es geht auch gar nicht mehr richtig zu. Hört ihr das? Das ist ein richtiger Scheiß. Ja, deswegen würde ich versuchen es aufzubrauchen. Das ist auch klein, also vielleicht schaffe ich es. Äh, jo. Noch ein bisschen Haarlater. Tada. So. Ich habe jetzt keine Bürste, jetzt werde ich sicher auch schon wie ein Klobesen. Bist du deppert. Ich schaue aus wie ein Klobesen. Ich habe mir ein bisschen Volumen vorreihen gefühlt, aber ich glaube, das war ein bisschen zu gut gemeint. Hm. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin fertig. Die Lippen mache ich später. Äh, ja. Also wie gesagt, ich drehe mich mal zu euch. Oh, sorry. Also wie gesagt, wenn ihr, ähm, ich habe nämlich noch einen Fashion Haul, der kommt dann nach dem Video online, einen New Yorker Fashion Haul. Ich weiß, ich habe vor kurzem jetzt dann dreht, aber ja. Und das Aufgebrauchte und so kommt noch versprochen. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es ist nicht zu lang und ich hoffe, dass es überhaupt wer anschaut. Ähm, aber jetzt wisst ihr, was ein bisschen los ist bei mir und ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen. Ich will mich ein bisschen mehr auch um meinen Opa kümmern. Ich werde jetzt YouTube nicht vernachlässigen. Ich habe auch vor, auf meinem anderen Kanal ein Video hochzuladen. Das wird auch jetzt dieses Wochenende bald passieren. Irgendwie schaut das richtig voluminös aus, oder? Normalerweise kriege ich das nicht so hin. Ich habe auch mehr Fönschaum reingeben für den Instagram. Egal. So. Äh, schreibt es mir einfach. Schreibt es mir einfach. Ich weiß sonst nicht mehr, was ich sagen soll und ich werde jetzt das Video beenden, sonst wird es wirklich noch zu lang. Und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye! Au!